Dieser 18-Jährige sorgt gerade für Beef zwischen Bushido und Finch. Niklas Matei ging vor kurzem wegen einer Spiegel-Reportage viral als der selbsternannte Anzeigenhauptmeister. Er jagt in seiner Freizeit gnadenlos Verkehrssünder und zeigt sie dann beim Ordnungsamt an. In seiner Heimatstadt Gräfenhainichen mit rund 7000 Einwohnern hat er bereits 8% der Bevölkerung angezeigt. Er hat sich unter anderem das Ziel gesetzt, in jeder Gemeinde Deutschlands mindestens einen Falschparker anzuzeigen. Auch Rapper Finch, der sich selbst der Ostdeutsche Hasselhoff nennt, wurde vom 18-Jährigen angezeigt. Er veröffentlichte in seiner Instagram-Serie nämlich ein Foto des Anzeigenhauptmeister und einen Screenshot eines Chatverlaufs. Finch drohte ihm, wenn du weiter so böse zu mir bist, gehe ich morgen ins Studio und mache einen Song über dich, mein Freundchen. Die Bild schreibt darüber, Bushido reagiert auf den Artikel mit einem Tweet und schreibt Hero. Finch schlägt nach und kommentiert den Post mit petze plus petze gleich Herz-Emoji. Gleichzeitig kündigte er einen Distract gegen den Anzeigenhauptmeister an. Bushido gefiel das gar nicht und kommentierte die Hörprobe des Songs mit Schmutz der Typ. Jetzt würde mich interessieren, welcher deiner Freunde würde noch am ehesten zum Anzeigenhauptmeister Österreichs werden? Markiere ihn in den Kommentaren.